Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Akkugrasscheren. Das High-End-Produkt in unserem Akkugrasschere-Test geht an die Bosch Akkugrasschere. Bosch Akkugrasschere Z-Isio, die Isio von Bosch ist eine leichte und kompakte Akkugras- und Strauchschere, mit der kleine Büsche, Hecken und Rasenkanten ganz einfach geschnitten werden können. Zudem gibt es für die multifunktionale Motoreinheit eine Reihe von Aufsätzen, wie das Sprühgerät und den Streuer. Dank des Multi-Klick-Systems können die Aufsätze der Akku-Rasenschere im Handumdrehen gewechselt werden. Der Leistungsstärke 3,6 Volt Lithium-Ionen-Akku erlaubt eine Betriebszeit von bis zu 50 Minuten. Das ergonomische Design und das Gewicht von nur 550 G machen die Isio noch vielseitiger und komfortabler. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist der Makita DUM604ZX. Die DUM604ZX verfügt über ein beidseitig geschliffenes Messer, um perfekte Schnittleistung zu erzielen. Das Scherblatt ist aus rostfreiem Material. Besonders praktisch, die DUM604ZX kann mit einem mitgelieferten Aufsatz durch nur weniger Handgriffe zu einer Heckenschere umgerüstet werden. Die Kombination für höchste Produktivität und Vielseitigkeit. Die DUM604ZX wird von einem 18 Volt Akku angetrieben. Hier können Akkus mit 1,5 bis 6,0 Amperestunden genutzt werden, umso höher die Amperestunden, desto länger ist die Akkugras und Strauchschere mit einer Akkuladung nutzbar. Das Makita Werkzeugsortiment und Makita Gartenprogramm können übergreifend mit den Makita 18 Volt Akkus genutzt werden. Das breite Sortiment hochwertiger Profi-Werkzeuge bietet für die verschiedensten Aufgaben extrem leistungsstärke und zuverlässige Arbeitsunterstützung mit 18 Volt Power. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Akkugrasschere-Test ist der Einhell GE-CG12. Die akkubetriebene Gras- und Strauchschere GE-CG12 Li ist ein hochwertiges, praktisches Gerät, mit der die Pflege von Rasenkanten, Büschen und Sträuchern spielend leicht von der Hand geht. Ihr bequem mit einer Hand bedienbarer Sicherheitsschalter am Handgriff verhindert unbeabsichtigtes Einschalten. Für optimale Kraftübertragung sorgt ein robustes Metallgetriebe. Die hochwertigen, langlebigen Messer der GE-CG12 Li sind lasergeschnitten, erzielen sehr gute Schnittresultate und lassen sich mit wenigen Handgriffen Werkzeuglos wechseln. Das Gerät ist mit einem Grasschneideblatt und einem Strauchscherenmesser ausgestattet. Dank Teleskopstil mit großen Laufrädern lässt sich die Grasschere mühelos und in aufrechter Körperhaltung führen. Dank Softgrip liegt sie angenehm griffig in der Hand. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.